Hallo Leute, ich möchte euch heute Temple Run 2 vorstellen. Also, ich bin dieser Charakter und muss vor diesem komischen Getier abhauen. Muss dabei möglichst viele Münzen sammeln, über Gegenstände springen, unter Gegenständen hindurchrutschen, nach links und rechts abbiegen, ja und halt über Bäche springen, das kommt dann später. Ja, hier über Bäche springen, wie ich schon sagte, Diamanten sammeln, die später nützlich werden. Ja, im Groben und Ganzen funktioniert dieses Spiel so. Es ist wie Doodle Jump aufgebaut, in diesem Spiel gibt es kein richtiges Ende. Wenn man gegen einen Gegenstand gegenrennt oder ins Wasser fällt und so, ist das Spiel beendet. Wie bei Doodle Jump, wenn man herunterfällt. So, jetzt wollte ich euch noch etwas im Menü zeigen. Also, im Menü kann man für seinen Charakter upgraden, das ist mein Charakter, mein jetziger. Dann kann man upgraden, sorry. Und man kann halt verschiedene Pickups kaufen, damit man schneller rennt, Boosts und ein Magnet, das die Coins zu einem zieht. Ja, man kann auch andere Charaktere für verschiedene Coins kaufen. Diesen Charakter für 5000, den nächsten für 15.000 und den letzten für 25.000. Und bei denen kann man jeweils auch upgraden. Ja, Temple Run ist eigentlich ein cooles Spiel. Es ist, wie ich sagen würde, sehr empfehlenswert. Es ist im App Store für kostenlos erhältlich. Und ja, ich würde sagen, Kaufempfehlung. Falls ihr irgendwelche Fragen über dieses Spiel habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Bis dahin.